Ich mache heute Nägel für Wednesday Addams und Enid Sinclair. Und wir fangen auf der rechten Hand mit Enid an. Enid ist von den Farben her ja ein richtiger Kontrast zu Wednesday. Deswegen habe ich für sie so richtig schöne Pastellfarben genommen. Auf dem Daumen wollte ich so ihren Pulli nachstellen. Er hat ja so gelbe und pinke Streifen. Außerdem trägt sie dazu ein Rock mit Blümchen. Deswegen durfte natürlich auf den Ringfinger keine Blumen fehlen. Und wer die Serie schon gesehen hat, weiß, dass sie so richtige Regenbogenkrallen hat. Ich dachte, es wäre zu einfach gewesen, einfach nur diese Regenbogenkrallen für sie zu machen. Deswegen habe ich hier einen Regenbogen auf meine Nägel gemacht. Und auf jeden Streifen dann Topcoat aufgetragen und da Glitzer reingestreut. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Anlehnung an ihre Krallen. Das Ganze habe ich jetzt noch getopcoated. Und die Enid Seite ist schon mal fertig. Was denkt ihr, würde Enid diese Nägel tragen? Folgt mir für Part 2, denn da machen wir die Wednesday Seite.